Hey Leute und Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Clash Royale. In dieser Folge zeige ich euch heute mehr über diesen Rambock hier. Den habe ich schon aus dem Turnier bekommen, habe 8 Siege geschafft. Habe auch die Errungenschaft bekommen mit dem, ähm, wie heißt es? Ähm, genau, Siegesserie. So, dann öffnen wir erst noch kurz die Silbertruhe. Hier nochmal ein paar Münzen, Musketierin und ein Eisgeist, der geht schon bald Level 8. So, und dann würde ich erst mal sagen, machen wir erstmal hier einen Testkampf mit dem Rambock. Aber zuerst graien wir ihn noch ab. So, dann kriegt er nochmal ein bisschen mehr HP, Schaden und, ja, und der Bahn Level hoch. Und dann, mir fehlen noch 500 Münzen, um das Kampfwurz abzuwählen, fällt mir gerade auf. Auf jeden Fall, dann springen wir mal kurz in einen kleinen Testkampf. und testen mal den Rambock, genau. Ich verwechsel ihn irgendwie immer mit Baumstaben. So, erstmal hier, alles gut. Ich habe das Deck jetzt auch so günstig wie möglich gemacht, um den Rambock, ja genau, um den Rambock möglichst schnell dran nehmen zu können. Ah, da ist er schon. Dann spare ich mir mal auf. Okay, jetzt kommt eine andere Rakete. Dann spare ich mir auf, bis wir einen Spiegel wieder haben. So, gibt es hier noch kurz ein kleines Kampfwurz. Hat es nicht wirklich gebracht, aber, ja gut. Nein, ich bin, ich bin der Trottel. Ich habe gerade den Spiegel ausgegeben. Egal, auf jeden Fall. Denn, das wird noch kurz was günstiges. Der Turm wird jetzt wahrscheinlich sowieso fallen. Wobei, nicht ganz, oder? Nein. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr, als er den Feuerball draufgeschmissen hat. So. Ja, da kommt ja schon gleich wieder der Ding. So, dann fällt der Turm schnell. So, da ist der Spiegel. Und dann würde ich mal sagen, testen wir, sobald wir einen neuen LXE haben, den Rambog, den lieben, netten Herrn Rambog. Er ist noch kurz schnell ein Kampfwurz gegen seinen Push. So. Setze ich den hier schon mal da hinten hin. So. Dann gibt es den gleich da vorne auch noch einen. Dann kommt ja mal... Oh. Erstmal... Toll. Jetzt kann man es gar nicht richtig zeigen, weil er wieder eine Feuerball draufgeschmissen hat. Aber da sieht man es vorne. Dann kommt jetzt so eine kleine Explosionswelle. Dann sind da zwei Barbaren am Turm dran. Und die machen dann schon ordentlich Schaden. Vor allem jetzt kommen noch die anderen zwei nachgelaufen. Aber schade ist, die werden von dem... Weil der Henker, der kann die Karten sozusagen also ausbremsen. Heißt, wenn die Karten am Ansturm sind, dann kann der Henker einfach die mit seinem Angriff wieder ausbremsen. So. Sieht man hier nochmal, wie der Rambog jetzt noch den letzten Stern hier holt. Und zack. So. Dann wissen wir schon mal Ding. Dann schauen wir noch schnell auf die Stats. Und zwar... Also wie gesagt, der hat halt... Ja, es geht jetzt von den Trefferpunkten her schon. Aber die Trefferpunkte sind nicht die von den Barbaren, sondern nur das von dem Baumstamm da oben. Das sind die normalen Barbaren Trefferpunkte. So. Und dann gibt es halt noch... Es ist die ganzen Statistiken von... Von diesem... Rambog, genau. Von diesem Rambog. Nicht von den Barbaren. Die sind hier nochmal extra. Und... Er kann... Er ist nicht nur mittelschnell, wenn er sich dann ganz beschadet, die ist auch ziemlich schnell. Und sonst... Er greift halt nur Gebäude an. Deswegen kann er auch nur einen Bodenschaden machen. Und seine Explosion macht keinen Flächenschaden. Heißt... Dadurch können keine anderen Gegner verletzt werden, sagen wir es einfach mal so. Aber wenn denn der Rambog kaputt ist und dann sind halt die beiden Barbaren da, dann können die Barbaren den Gegner schon einen Schaden hinzufügen. So. Bei uns haben auch schon viele im Clan haben das auch schon den Baumstamm. Baumstamm. Kampfholz. Er sagt. Haben auch viel den Kampf... Das Kampf... Nein. Nicht das. Den Rambog, genau. Mann, das muss ich mir echt mal ausschreiben. Haben auch schon viel den Rambog. Und ich kann ihn auch schon bald auf Level 3 machen. Und ich kann ihn jetzt auch schon oft aus Thronen bekommen. Obwohl der erst in ein paar Tagen released wird. Die Kobold Gang ist ab... Nächsten Mai dann. So. Halt. Hm. In 20 Tagen wird sie verfügbar sein. Und ja. Dann schaue ich mal ob ich hier noch ein paar Ramb... Ramböcke heißen die genau. Aus den Thronen finde. Und ja. Dann kann ich sie bald upgraden. So. Das war's mit dem Video. Wenn ihr was erfahren habt, lasst mich wissen. Oder wollt ihr noch irgendwas über Rambog wissen. Habt ihr irgendwelche Ideen für das nächste Video? Schreibt's in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.